Was geht ab Leute seht es wieder da und zwar mit dem neuen One Piece Kapitel Spoilern zu One Piece Kapitel 944 und zuallererst wünsche ich euch mal einen schönen Vatertag. Der Titel des Kapitels lautet Partner. Das Cover zeigt Hancock die einem jungen Affen, der einen Strohhut und ein Ruffy T-Shirt trägt ein Stück Fleisch gibt. Und oder hört einfach nicht auf mit diesen Fan Request Cover Pages. Naja kommen wir nun zur Story und zwar X-Drake verwandelt sich in ein Dinosaurier und greift Sanji an. Und dieses Pairing passt ja eigentlich relativ gut da beide eben Körperbetonen kämpfen, Sanji nun mal mit seinen Beinen und X-Drake letzten Endes mit seinen Waffen bzw. in seiner Dinosaurier Form mit seinen Klauen und seinem Maul. Zorro attackiert derweil Orochi, wird aber von Kiyoshiro aufgehalten, der nun gegen ihn kämpft. Und das wird sicherlich ziemlich geiler Schwertkampf. Kiyoshiro scheint ja recht mächtig zu sein und von Zorro wissen wir eben, dass er ziemlich mächtig ist. Und wenn die zwei aufeinander treffen, das könnte was werden. Da wir uns aber immer noch unschlüssig sind, ob Kiyoshiro wirklich ein Böser ist, könnte auch sein, dass er während des Schwertkampfes Zorro in irgendeiner Form vielleicht was zuflüstert. Irgendwie, hey ihr könnt uns vertrauen, ich und Hiyori arbeiten zusammen. Schauen wir mal. Währenddessen schützt Franky Zorro vor den anfliegenden Kugeln des Gegners. Auch Lysop, Nami und Robin greifen mit in den Kampf ein und Orochi kriegt die Panik und flieht einfach. So ein Feigling. Ruffy schaut all dem vom Gefängnis aus zu. Ja blöd, dass er in dem Moment nichts machen kann. Queen hat Kamazu, also dieser Sensentyp aus Kapitel 937, der von Zorro besiegt wurde und Kidd in Gefangenschaft. Beide hängen mit dem Kopf nach unten und werden in Wasser eingetaucht. Okay. Kidd hat er wohl gefangen. Das war ja ein super Ausbruch, den Kidd da geplant hat. Topnotch, Heinzer. Und wieso hat er jetzt Kamazu gefangen? Ich hab gedacht, diese Kamazu ist irgendwie verbündet mit Orochi. Hat Orochi nicht den Kamazu geschickt, um Hiyori und so zu töten? Wieso hängt jetzt Queen den auf einmal kopfüber auf und tungt den ins Wasser? Also das ist mir jetzt nicht so ganz klar. Außer Queen und so geben einen ziemlichen Fick drauf, was Orochi und so sagt. Schauen wir mal. Ruffy greift Queen an, aber diese kann mit Leichtigkeit reagieren. Und ja, das ist so, wie ich davon ausgehe, wie Queen wohl kämpfen würde. Er ist zwar ziemlich bulkig und ziemlich dick und alles, aber ich denke, er ist leicht wie eine Feder. Mit vielleicht tunten Kung-Fu. Die letzte Seite zeigt Big Mom mit einem gruseligen Gesicht. Die Frage ist jetzt nur, warum guckt sie gruselig? Hat sie ihre Erinnerung wiederbekommen und ist jetzt ziemlich pissig? Oder ist irgendwie was mit dem Essen passiert, weil vielleicht kein Futter mehr da ist? Wir wissen es nicht, aber vielleicht kommt es endlich mal so langsam zum Kampf mit Queen und Big Mom. Es wird Zeit, wir warten darauf, oder? Na ja, das waren auf jeden Fall die Spoiler zu One Piece Kapitel 944, wie immer präsentiert vom Pirate Board. Ich hoffe, dieses kleine Video hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt es mir mit einem Daumen nach oben und einen kleinen Klick auf den Abo-Button. Und wie immer wünsche ihr euch viel Spaß und haut rein und einen schönen, schönen, schönen Fadertag euch allen. Ciao.